Aus Schweden begrüsse ich ein hübsches, junges Mädchen, nämlich unsere Julia Lindholm. Servus. Hi. Wir freuen uns, dass du da bist. Kannst du uns einen Satz auf Schwedisch sagen? Fint werde. Was nüge du hier da? Okay. Für unsere Zuschauer übersetze ich das gerade. Die Julia hat gesagt, sie freut sich sehr, heute hier zu sein, auch wenn die Anreise ziemlich lang war. Sie ist überrascht, dass es so schön hier ist im Lokal, ist begeistert von den Kolleginnen und Kollegen, die da sind. Und ganz zum Schluss hat sie noch gesagt, sie hätte nicht gedacht, dass der SWR so galante und gutaussehende Moderatoren verpflichtet hat. So ähnlich hast du das gemeint, oder? So ähnlich hat sie. Das ist natürlich frei übersetzt, aber ich habe das so rausgehört. Meine Damen und Herren, sie ist nicht nur nett anzuschauen, sondern auch nett anzuhören. Wir hören einen Titel von unserer Julia. Bitte sehr, ist das Liebe? Whoo-hoo-hoo, whoa-hoo-hoo, 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 oh-hoo-hoo-hoo, whoa-hoo-hoo-hoo, ist es Liebe? Nur ein Blick ins zwei blaue Augen und ich war wie auf links gedreht. Seitdem träume ich nur noch von ihm Sowas hab ich noch niemals erlebt Ob ich mit ihm ins Kino gehe Hatte mich einfach so gefragt Ist das wirklich wahr? Ich sag hey na klar Hab meine besten Freundin abgesagt Ich ruf sie an und frag sie dann Ob sie mir sagen kann Sag ist es, ist es, ist es Liebe Wenn man verrückt spielt Sich himmlisch gut fühlt Lass mein Handy nacht an Vielleicht ruft er an Sag ist es, ist es, ist es Liebe Wenn ich mir ausmacht Wie er mich an die Strahle So vor mich steht Mir ein Kopf voll verdreht Ja dann ist es, ist es, ist es Liebe Oh 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 Jetzt schlägt plötzlich doppelt schnell Denn er lässt mir heute keine Ruhe Wo ich so schnell seine Bilder liken Wie ein Mensch nur so schön sein kann Gleich schon geht es los Sag, was trag ich bloß? Ich hab mal wieder gar nichts anzuziehen Jetzt ruft er an und ich geh ran Mein Herz fährt Achterbahn Sag, ist es, ist es, ist es Liebe? Wenn man verrückt spielt Sich himmlisch gut fühlt Lass mein Handy nackt an Vielleicht ruft er an Sag, ist es, ist es, ist es Liebe? Wenn ich mir ausmach Wie er mich an die Straße So vor mich steht, mir den Kopf voll verdreht Ja, dann ist es, ist es, ist es Liebe Wow 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 Oh Wow Wow Wenn wir uns gleich wieder sehen Bleibt mein Herz ganz sicher stehen Sag, ist es, ist es, ist es Liebe? Wenn man verrückt spielt Sich himmlisch gut fühl, lass mein Handy nacht an, vielleicht ruft er an Sag mir ist es, ist es, ist es Liebe Wenn ich mir ausmach, wie er mich an die Strahle So vor mich steht, mir den Kopf voll verdreht Ja, dann ist es, ist es, ist es Liebe Ja, dann ist es, ist es, ist es, ist es Liebe Julia Lindholm und ich kann mir vorstellen, wenn sie das so zu Ihnen nach Hause gemacht hat mit dem Küsschen, dann ist es Liebe Diesen Namen sollten wir nicht vergessen, Julia Lindholm, du bleibst auch noch hier, du darfst heute länger aufbleiben Ich bleibe hier, besprochen Also unser Schlagersprachkindchen Ich freue mich, dass du hier bist, schön Ich freue mich auch, danke Nicht wieder Platz, danke schön, danke, danke